Willkommen auf dem Live-Kanal, Leute, und heute werdet ihr Zeuge davon, wie wir in einem Livestream in Roblox-Stores but Bad heute mit einem Granatwerfer gekillt haben und natürlich Figger und Sieg auch noch. Freunde, es wird so ein lustiges Video. Lasst ein Like da, wenn ihr Bock drauf habt. Viel Spaß, Küsschen und wir gehen rein. Hört ihr das? Ruhe! Ruhe! Ich hab ne Glock dabei. Mach das aus jetzt! Wer singt da? Okay, wir sind drin. Ruhe. Seid ihr bereit? Ich guck mich erst mal um. Hallo? Hallo? Ich hab hier ne Glock dabei. Okay, wir gehen ins Hotel. Was ist mit der Tür hier? Weiß ich auch nicht. Ist egal, wir gucken durch. Dinger, das sieht gut aus. Okay, ich hab schon richtig Bock. Ich bin sehr gespannt. Da klopft was. Also die Bilder kann man auf jeden Fall schon mal cool anmalen. Wir müssen in die Schränke auch teilweise rein, ne? Okay. Ich glaub, Rush können wir nicht erledigen. Glaub ich. Oh Gott! Seek kommt! Hey! Hey, warte! Digga, Seek. Habt ihr das gesehen? Es reicht. Ich geh rein. Ich werd Seek jetzt umlegen. Ansonsten ich cash 2000 Robux rein. Für Granatwerfer. Den wollen die nicht. Ich sag euch, wie es ist. Den wollen die nicht. Ich mach jetzt ernst. Digga, ich bin direkt tot. Hör auf zu klopfen. Seek kommt jetzt. Ready? Ready? Let's go. Okay. Ich hab die Knarre am Start. Tür auf. Tür auf. Wo ist er? Er ist tot! Nein, er ist runterge... Reicht mir. Alles klar, Digga. Die wollen es auf die Tour. Aber dann machen wir es so. Leute, wir machen es. 2000. Rein. Geht los. Rein. Einfach gekauft. Ich hab's getan! 2000. Warte mal. Wo bin ich? Hallo? Ich glaub, so war das nicht geplant, oder? Hallo? Digga! Was ist das denn für ein Gewehr? Mit Aim-Dot drauf! Also, Leute. Ich muss mich jetzt mal kurz killen. Ich muss mich mal kurz killen. Was ist das denn hier unten? Habt ihr es gesehen? So. Hä? Was ist das? Digga, das ist ein Secret! Nein! Äh, äh. Ich guck. Hallo? Ich bin's, Denno. Wo? Wenn da was kommt, ich knall rein. Psst. Ruhig, ruhig, ruhig. Bro! Ich konnte nicht mehr aufstehen! So, jetzt sind wir endlich mal wieder in Dorst. Wir gucken uns das mal später an. Die haben ordentlich Leben. Digga, das muss man denen mal lassen. Können wir andere Spieler abknallen? Nein. Können wir? Ich lauf jetzt einfach. Wir holen uns ein bisschen. Wir holen uns jetzt erstmal ein bisschen Luft. Und schießen später drauf. Wir holen uns ein bisschen Luft. Bruder! Er ist tot! Sieg ist dead! Ich hab die Spieler gekillt! Ich kann Player killen. Oh mein Gott! Aber das kann doch nicht alles sein, oder? Warte kurz. Was? Ey, Liam. Bro, es tut mir echt leid. Digi, guck mich an. Liam, guck mich an. Ich schieß sonst. Liam, guck mich an! Bist du Mitglied der Gruppe? Bist du Mitglied der Gruppe? Liam. Bist du Mitglied der Gruppe? Aus dem Weg, Junge! Dann hast du nochmal Glück gehabt. Aber ich muss doch Sieg damit ausschalten können. Das geht 100%, oder? Ich muss mal gucken. Ich hab was. Okay, wir laufen erstmal. Wir laufen erstmal. Wir laufen erstmal rum. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wo ist er? Hol mir Sieg. Ich steh. Man kann hier tatsächlich... Oh Gott. Kann man hier irgendwie... Ich hab'n Granatwerfer! Guck mal, ich kann die Tür weggesprengen! Äh, äh. Tatsächlich. Ey, Sieg! Ich hab' ihn weggesprengt! Digga, was? Digga, was? Er ist tot! Ich bin auch tot. Okay, jetzt versteh' ich das Game. Geil, Digga! Okay, macht Bock! Wir haben den Granatwerfer am Start. Jetzt können wir rein. Ich habe alles getestet. Wir sind absolut ready, Leute. Alright, alright, alright. Okay, let's go. Let's go, Digga. Wir gehen rein. Ich hab' sehr, sehr Bock. Wir werden uns gleich umdrehen und dann ist Scheierabend. Okay, Freunde, seid ihr bereit? Nein, hier ist ein Stein. Bruder! Verpackt! Eventuell muss ich... Es kann sein, dass ich Lobby alleine zocken muss. Es kann sein. Ich muss mal schauen, ob ich mit Raketen... Sogar das Bild ist kaputt gegangen. Ich muss echt aufpassen, ne? Ich muss echt aufpassen, oder? Personenbegrenzung ein. Wir gehen nochmal hier rein, Leute. Wir wärmen uns jetzt auf. Die Dors-Musik, Leute! Digga, die sind so dead. Die sind so dead, Leute. So. Wir gehen jetzt erstmal hier durch. Alright, alright. Okay, okay, okay. Granatwerfer launchen wir jetzt. Sieg wird direkt gekillt. Let's go, Bruder. Let's go. Ich bin ready. Er kommt. Er kommt. Wir gehen noch ein Stückchen. Ich spreng hier gleich den ganzen Laden weg. Sieg hole ich mir da an der Ecke. Einfach dead, Leute. Tobias, du kommst da wahrscheinlich nicht mehr durch, Bro. Ich hab's mir fast gedacht. Also, Leute. Sieg ist eliminiert. Meint ihr, wir können Figga auch killen? Äh, äh. Wär zu krass. Ich hab einfach Sieg umgelegt. Rip Sieg, Leute. Rip Sieg. Ich geh weiter. Ich guck's mir an. Oh, oh. Flackernes Licht. Scam! Scam! Das war's Game. Sollen wir probieren, Rush zu töten? Also, Figga seh ich kein Problem. Sollen wir probieren, mal Rush zu killen? Ich muss den Umgang lernen mit dem Granatwerfer, Leute. Das Game heißt Roblox Stores, but bad. Aber, der Granatwerfer kostet 2000 Robux. 2K, Leute. So, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Wir warten ab. Ich kann ihn nur an der Ecke killen. Denke ich. So, Moment. Wir gehen mal hier rum. Bruder. Die Range. Ich kann da halt nichts tun. Das, also, das. Ich probier's mit dem MG. Ich probier's mit dem MG. Ist, glaub ich, besser, ne? Vielleicht geben Headshots mehr. Ich bin mit dem Granatwerfer vielleicht noch zu forscht. Kann sein. Kann sein. Wir gucken an. Ich werd mit dem MG alles probieren jetzt. Er ist runtergefallen. Okay, wir machen erst mal entspannt. Ich glaub, ich sollte auch keine Waffe in der Hand halten, wenn jetzt gleich Sie kommt. Wir lassen Sieg erst mal durchgehen. Was ist das Feuerzeug? Da gibt es hier Dark Rooms. Geschafft. Okay. Ich lad, ich lad Raketenwerfer rein. Ruhe. Hey, Figger! Hey, Figger! Ja! Diese Waffe, die ist zu doll. Freunde, ich will den umlegen. Figger stirbt heute noch. Das ist mir völlig egal. Kann ja wohl nicht sein. Ich würd Rage quitten. Ja. Ich bin auch echt kurz davor, Digga, ne? Ich sag, wie's ist. Das Ding hat halt... Du musst da somit aufpassen mit dem Raketenwerfer. So. Jetzt wird Figger genutzt. Ich muss vielleicht mehr Raum gewinnen gegen Figger. Kann sein. Ich werd mal... Ich werd mal auf normale Muni umschalten. Ich geh jetzt erst mal hier rein. Okay. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass wenn ich jetzt einen Raketenwerfer... Hast du gesehen? Da ist er. Der muss doch sterben! Dann eben anders, Bro. Dann eben anders, Bro! Dann eben so! Dann eben so! Weißt du, wie ich mein? Figger? Geschichte! Der ist weg. Feierabend. So. So nämlich. Quadrat 1. Pentagon 2. Rhombus 3. Quadrat 1 und Pentagon 2. Wir gucken erst mal. So. Quadrat 1, Pentagon 2. Okay, Juli. Juli. Du bist... Du bist... Du bist... Mein... Wingman hier. Ich muss aufpassen. Der ist halt schlecht, ne? Hört ihr das? Was war das gerade? Was steht da? Da ist immer noch der Sound. Das ist das Quadrat. Quadrat 1. Also 4. Wir haben 4. Wir müssen das Pentagon suchen. 4, 3. Rhombus. Was ist denn nochmal ein Rhombus, Leute? Ein Rhombus. 4, 3. Ein Thaddeus-Bild. Das habe ich auch zu Hause. Ne, das ist das Pentagon. Warte mal. Nochmal. Nochmal. 4. Da ist auch ein Pentagon. Ne, das ist ein Pentagon. Das ist... Was anderes. 4, 9. 4, 9. Rhombus ist vielleicht... Das hier? Ist das ein Rhombus? 4, 9, 3. 4, 9, 3. Oktagon 4. Digga, ein Oktagon auch noch. 4, 9, 3. Das ist ein Rhombus. 4, 9, 2, ne? 4, 9, 2. Dankeschön, der erst mal. Von Matteo J. H.G.I. Matteo, Kuss. 4, 9, 4, 9, 2. Wo ist das Oktagon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 9, 2, 8. 4, 9, 2, 8. Und der Kreis. 4, 9, 2, 8, 5. 4, 9, 2, 8, 5. Ich hab keine... Ah, jetzt. Alright. 4, 9, 2, 8, 5. Enter. Ja, Tür ist offen. Okay, wir gucken. Vorsichtig. Figure dead. Jeff Shop ist nicht da. Schlüssel ist hier. Ich nehm ihn mit. Wir haben den gelben Schlüssel. Was ist das für ein blödes Bild, hä? So, wir gehen mal weiter durch. Oh, oh. Ambush kommt. Digga, wie oft? Er ist weg. Alter Schwede, wir haben Ambush überlebt. Okay. Sehr, sehr cool. Alright. Weiter geht's. Hey, war das die Spinne grad? Hat die Spinne mich jetzt wirklich gebissen? Hat sie. Tibbissi! Hier! Oh, Digga. Das überlebe ich halt nicht, ne? Wenn ich den jetzt aufsprengen würde. Kann man nicht kaputt machen? Ich guck weiter. Können wir die Schränke kaputt machen? Geht das? Hä? Habt ihr's grad gesehen? Was ist das denn? Hey, Bro! Lol! Einfach Secret. Check. Ich weiß nicht, wer... Digga, wer ist Jack? Einfach Jack gewesen. Okay. Ich hab jetzt Vitamine. Cool. Sie kommt. Ich kotze so ab, Mann. Ich kotze so ab. Diese Waffe ist einfach gottlos. Oh, Junge. Jetzt. Ich bin wieder in Backrooms, Leute. Yes! Wir kriegen Secret. Let's go. Was können wir machen? Also, warte erst mal. Wir könnten weitergehen. Wir könnten weitergehen. Manchmal, manchmal glitscht es dich raus. Wenn ich jetzt runterfallen würde, wäre ich in den Backrooms. Manchmal glitscht es dich raus. Die Frage ist, was gibt es hier noch? Was ist das eigentlich? Einfach so ein Kreis. Ich geh einfach weiter. Wir gucken mal. Was ist das für ein Room? Seht ihr das da hinten? Da sind die Backrooms. Gibt es hier noch was? Interessant. Wir könnten theoretisch da rüberspringen. Ne, das glaube ich nicht. Was ist das? Seht ihr das da hinten? Guck mal. Seht ihr die Entity da unten? Was ist das da? Kann ich das wegsprechen, das Ding? Ich guck. Okay, der Granatwerfer. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, zerstört. Können wir Sieg zerstören, ist die Frage. Was ist das da hinten? Eine neue Map. Da gibt es ja noch mehr. Guck mal da drüben, Chat. Wie kommt man da hin? Ist das da oben Jack? Und wer ist er? Warte mal. Das muss ich testen. Okay, die Waffe geht gut darüber. Die Waffe geht gut darüber. Ich treffe noch nicht genau. Das war jetzt wieder zu schwach. Komisch. Weg. Okay. Ruhig Blut. Wir müssen irgendwie gucken, wie kommt man auf diese Maps da drüben? Können wir den wegmachen? Wir könnten ihn eventuell treffen. Wir könnten es testen. Ich check gar nichts mehr. Ich kann nicht mal nachladen. Granaten hat man nur begrenzt. Ach so. Tatsächlich kann die Munition leer gehen. Oh. Das ist nicht gut. Ich gehe runter. Wir gehen Backrooms. Let's go. Wie man da hinten hinkommt? Keine Ahnung. LOL. Wir sind über den Backrooms? Hä? Das wird jetzt interessant, Freunde. Höchst interessant. Was, wenn ich runterfall? Ich falle. Ich falle. Immer noch. Ich bin tot. Okay. Wir müssen irgendwie wieder in die Backrooms kommen. Oh Leute, Vorsicht, 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 Vorsicht. So. Dieses Gewehr triggert schon, ne? Also bisher bin ich, glaube ich, 90% der Fälle an dem Gewehr gestorben. Sieg werde ich in diesem Fall jetzt mal nicht töten. Wir werden uns auf Feger konzentrieren. Und auch in der nächsten Runde. Ich gehe jetzt erstmal einfach hier durch aufentspannt. So. Blöd, Mann. Wir müssen auch mit den Raketen sehr aufpassen. Aber wenn Feger nachher nach oben läuft, easy going. Oh, wir haben ein Feuerzeug gefunden, glaube ich. Aufentspannt. Gehen in den Schrank. Gut. Das haben wir survived. Feger. Feger. Bis dann, Brudi. So. Tot. Ist der Code der gleiche? Lass sehen. Wir haben da eine 4. Was war der Code vorhin? Könnt ihr euch noch dran entsehen? Neues Feuerzeug. Ich habe zwei Feuerzeuge jetzt hier. Binden wir noch was? 4, 2, 8, 5. 4, 9, 2, 8, 5. 4, 9, 2, 8, 5. Ich check nochmal kurz. Ich frage mich, wie man in die Kanalisation kommt. Was ist das für ein Fenster? Okay. 4, 9, 2, 8, 5. Mhm. Mhm. Nehmen wir. Ich guck mal. Tür ist offen. Wir sind weiter. Auf entspannt. Auf ganz entspannt. Jetzt kommt erstmal Ambush. Stimmt's? Ja. Ich mache Schlüssel auf. 3, 4, 5, 6. Er ist weg. Okay. Okay. Ambush haben wir auf jeden Fall auch durch. So, wir gucken weiter. Denno spielen wir mit den Fans. Oh, Junge. Tim ist wieder die Spinne. Tim ist wieder die Spinne. Erledigt. Ich spiele immer mit meiner Community. Immer. jeden Stream aktuell fast. Und es ist mir, glaube ich, auch mal vergönnt, wenn ich mal ein Game alleine zocke, weil meine Community jetzt gerade, glaube ich, eher nerven würde. Deswegen hoffe ich, dass das für euch in Ordnung ist. Was ist das für einer, ne? Naja, wir gucken mal weiter. Ich spiele später auf jeden Fall noch mit euch. Später machen wir. Könnt ihr auf Discord warten. Also, heute ist auf jeden Fall noch eine Roblox-Doors-Runde dran. Aber erstmal müssen wir jetzt uns durch Roblox-Doors-Butt-Bad arbeiten. Und jetzt müssen wir durchziehen, Leute. Okay. Verdammt nochmal. Yes! Ich hab ihn erwischt! Ich hab ihn erwischt! Ich bin aber... Oh nein, ich komm nicht mehr hoch. Nein, Leute. Wie kann ich mich befreien? Wie kann ich mich befreien? Jetzt. Bin wieder da. Es lag an der Waffe. Oh mein Gott. Ich hab Sieg erledigt! Da ist die Tür. Tja, netter Versuch. Aber... Also, Sieg dachte, er kann mich jetzt hier richtig hops nehmen. Nur, Leute. Ich hab halt Sieg-Hops genommen, ne? So, wir gucken mal. Hab ich reloaded? Granate wurde reingeladen. Was ist das denn? Katzenbild? Lol. Ja, sind durch. Okay. Wir sind jetzt in dem nächsten Room. Ich hab noch keine Ahnung, was das hier für ein Room ist. Ich geh erstmal ganz entspannt gucken. Raketenwerfer haben wir durchgeladen. Sieg kommt. Rush kommt. Okay. Sieht gut aus. Bisher. Wir nehmen den Schlüssel mit. Wir sind immer weiter drin. Uff. Tür offen. Der Restroom. Diggy! Die Kanalisation, oder? Ja. Das ist sie. Das ist sie! Bro, wir haben Secret entdeckt, Diggy. Restroom-Secret. Okay. Ich switch erstmal die Gun um. Wir gehen rein. Wie kommen wir da rein? Seht ihr das? Lol. Es geht da wirklich durch. Man kann da aber nichts kaputt schießen. Vielleicht. Warte mal. Habt ihr eine Ahnung? Wie kommen wir rein? Ich will halt... Ich will halt nichts kaputt machen, ne? Ich bin kein Imposter, Digga. Geh durch die Toilette. Meinst du? Geht nicht. Geht nicht. Meinst du, ich soll mich durchbacken? Vielleicht geht das ja irgendwie. Wenn ich... Guck mal ganz kurz. Von hier aus komm ich durch. Wenn ich von hier aus gegenschieße... Ah, okay. Okay, also die Schüsse kommen eigentlich durch. Raum 50 Schrank. Da gab es ein Zahnrad. Bist du dir da sicher, Janna? Jetzt habe ich auf jeden Fall auch in der Mitte den Cursor. Ich verstehe halt nicht. Wir können da durch, ey. Guck mal. Man sieht ja, da ist was drin. Es geht weit runter. Seht ihr das? Wir können das... Wollen wir uns das gleich nochmal angucken? Wir gehen weiter. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Hubert. Was mit Hubert? Kann ich zurückgehen? Ne. Das war's, Leute. Ich kann nicht mehr da durch. Wir müssten gleich nochmal reinschauen. Was ist das? Nächster Room. Vielleicht kommen wir da wieder raus? Könnte... Oh, oh. Was ist das? Nein. Halt kommt. Oh, nee. Halt war das, ne? Das war Halt. Er hat mich einmal erwischt, aber alles entspannt. Ich hab's geschafft. So. Ich nehme jetzt erstmal die Vitamine da unten mit. Geht auch nicht. Mit den Vitaminen sind wir definitiv etwas schneller. Okay. Ich guck mal jetzt durch die Schränke. Was ist das? Sind wir am Ende? Tatsächlich. Alright. Moment, Moment. Ich lad erstmal die Granate nach. Wir gucken. Ich bin auch vorsichtig. Ich verspreche es. Mann, jetzt lass mich doch mal durch da. Ey, sag mal. Diese Tür, Digga. Mach auf jetzt. Lol. Ich komm noch nicht durch. Liegt's an der Waffe? Ja, lag an der Waffe, Leute. Oh, oh. Oh, oh. Ich bleib drin. Abwarten. Er ist weg. Was ist da unten? Können wir da rein? Erstmal den Schlüssel nehmen. Erstmal den Schlüssel nehmen. Wir gucken. Wir sind am Ende. Erstmal wäre geil, wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Dann können wir uns nochmal das andere kümmern. So. Der Schaltkasten. Wir haben 10 Sekunden. Bis zum Elevator. Wir müssen durchziehen. Ich hab nicht lange Zeit. Okay. Sind drin. Da kommt Sieg. Tschüssi. Das war's. Wir sind durch. Jetzt geben wir den Secrets auf den Fersen. Wo? Boop. 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 Digga, wer hat das? Boop. 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 Das glaubt mir doch keinem Mensch. Wir gucken jetzt einmal rein. Oh, was ist das? Tempolaufen. Erweiterte Chase-Sequenz. Okay, wir haben neue Modi freigeschaltet. Auch sehr interessant. Wir gucken mal, ob wir Backrooms reinkommen. Wir müssen halt oben spawnen, ne? Dann können wir Backrooms rein. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt wegen der... Wir müssen doch irgendwie in den Underground kommen. Habt ihr ne Ahnung wie? Es gibt hier zwei Secret-Maps. Zwei Stück. So, Sie kommt jetzt erstmal. Wir wollen in den Underground nochmal rein. Wir müssen gucken, wie wir es machen. Einige von euch hatten eben bei Fega was gesehen. Wir rennen mal schnell zu dem hin. Sind ja eigentlich auch schon fast da, glaub ich. So, geh mal in die Bilder hinein. Meinst du, das geht, Foxy? Ich guck. Lass mal sehen. Kann man da rein? Nix. Passiert nix. Ich hab meine ganzen Gegenstände noch, ne? Nur mal so. 50 Schublade oben. Welche Schublade? Sag mal. Ich leg Fega auf jeden Fall jetzt mal kurz um. Der lebt gar nicht mehr. Hä? Hä? Der ist einfach tot, Bro. Was? Da. Ne, da ist nichts, oder? Ich muss sass sein. Hier ist nichts. Ja, also, den Code jetzt nicht. Aber einige von euch meinten, hier ist noch was in diesem Room. Ich glaub aber nicht. Wir können mal die Bilder irgendwie abchecken. Das können wir nicht mitnehmen, ne? Da können wir aber auch nicht oben rauf, glaub ich. Ein bisschen weiter gucken. Ähm, vier, neun, zwei, acht, fünf. Genau. Das passte. Jetzt müsst ihr erst mal schauen, dass wir in diese komische... Der hat auch nichts. In die Bilder kommen wir nicht rein. Kommt jetzt Ambush? Zweimal noch. Okay, gut. Gut, gut, gut. Ähm, Herr Foxy, du kannst... Also, du hast jetzt einen Timeout bekommen, ne? Bro, das ist zwar nett gemeint, was du gerade gemacht hast, aber Spam halt nicht so viel, ne? Das musst du dich immer in Maßen halten, mein Bester. Was ist das? Was ist mit dem denn? Bringt nichts. Wir haben den Sieg erledigt, oder? Der kann uns nichts mehr. Sieg ist einfach tot. Bro. Eigentlich würde ich gerne noch Finger umlegen, ne? Das wäre jetzt Masterpiece, Digga. Gott sei Dank hat der mich nicht gekillt. Gott sei Dank hat der mich gerade nicht getötet. So, wir müssen jetzt gucken. Wie kommen wir in diesen... In diesen abgekaterten Room rein? Warte mal. Ah, das ist... Ich hab Angst, Digga. Ich hab Angst, dass sie mich wegspringen. Ne, ich hab Angst, Digga. Null. Was ist das denn? Schwarze Katze. Hier rein. Und jetzt kommt der Room gleich rechts. In die Bilder kann man nicht reingehen. Das ist nicht möglich, oder? Was war das denn gerade? Ich hab hier doch einen Zugang. Wie kriegen wir... Wie kriegen wir jetzt gleich das Secret da offen? Ist die Frage. Ja. Wo ist das Ding? Da. Wir kommen da nicht durch. Ich muss diese Platte irgendwie aufbekommen. Wenn ich mit Raketenwerfer schieße... Feierabend. Da... Also, das wird nicht viel bringen. Denke ich. Es kann sein, dass wir dann sterben. Okay, pass auf. Kriegen wir nicht auf? Vielleicht... Gut, wir müssen eh weg. Wir müssen eh weg. Also, wir haben jetzt nochmal die ganze Map von vorne. Aber dieses Mal... Ich weiß nicht. Vielleicht starten wir auch von hier wieder. Ich denke nicht, oder? Ich reloade mal. Ihr sagt, es gibt Links bei Figa etwas zu holen. Da muss ich mal gucken. Schauen wir mal. Wir müssen ja auch immer wieder manchmal neu starten, weil wir nochmal zurück in die Backrooms wollen. Und das Ding auch nochmal durchchippen. Also, gehen wir jetzt mal ganz kurz das Ding durchziehen. Ja, jetzt kommt auch Sieg wieder. Es leben wieder alle. Das ist gut. Das ist eigentlich ganz gut, Leute. Damit kann man gut arbeiten. Jetzt kommen wir zur Figa. Let's see. Er ist still tot. Er ist immer noch tot. Danke erstmal, Eddie, für 6 Euro. Vielen, vielen Dank, Bro. Ich war schon bei A-1000 bei dem Rooms und es gibt da einen neuen Gegenstand. Uh. Ja, das war mir klar. Habt ihr gesehen? Habt ihr es gesehen? Weil ich Figa berührt habe. Weil ich ihn berührt habe. Das ist jetzt unser Problem. Er liegt da tot. Wir haben einen Schraubenschlüssel gefunden. Das heißt, wir müssen den mitnehmen. Ich muss aber jetzt gescheit machen, wie nehmen wir den mit. Das ist auf jeden Fall wild. Also, die Secrets da drin sind cool. Muss ich schon sagen. Wir laufen jetzt komplett durch. Ich will unbedingt sehen, was da ist. In die Kanalisation. Neues Level. Sehr, sehr Bock. Man muss halt ab und zu auch mal, ne? Man muss sich natürlich auch mal ein bisschen anstrengen, sag ich mal. Das kann auch nicht alles beim ersten Mal direkt klappen. Das kennt ihr auch selber. So, wir gucken. 713 Likes schon. Wollt ihr mich... Oh, Junge, ihr wollt mich heute arm machen. Digga, ich hab nur 2000 Robux grad auf Kralle. Aber das schaffen wir heute ja sowieso nicht, denke ich. Das wäre auch ein bisschen zu heftig. Stell dir mal vor, Digga. 10.000 Likes in einem Stream. Ich bin direkt broke. Ich bin direkt broke. Sag, wie ist es? Es kann sein, dass wir jetzt wieder sterben. Wir haben ungünstigen Spot hier mit dem. Ich hab das Ding. Der Schraubenschlüssel, ich hab ihn. 2. Wie ist der Code nochmal? Wie ist der Code nochmal? Ich hab ihn vergessen. Wir haben das Ding. Wir können jetzt in den Secret Room. 4, 9, 2, 8, 5. Let's go. Und rein. Ich geh ohne Waffen erstmal durch. Mach ihn ganz entspannt. Ich weiß nicht, was Kanalisation auf uns wartet. Werden wir sehen. Bis jetzt erstmal, glaube ich, Ambush. Erstmal müssen wir gegen Ambush jetzt antreten. Sechsmal. 2 von 6. 3 von 6. Das war knapp. 4 von 6. 5 von 6. 6 von 6. Gott sei Dank. So. Wo müssen wir nochmal hin? Wir müssen jetzt nochmal die zweite Chase Sequence mit Seek durchnehmen. Wir nehmen die Pillen mal lieber mit. Haben es besser als brauchen. Weil die zweite Seek Chase Sequence könnte eklig werden für uns. Ich sprinte richtig durch. Digga, ich sprinte richtig durch. Gott sei Dank. Er ist immer noch dead. Game ist leicht buggy. Ist egal. Er ist immer noch dead. Beste, was uns passieren kann. Weil wir haben jetzt genügend Zeit zu erforschen, Leute. Ey, seid ihr ready, Mann? Wir sind fast da. Digga, seid ihr ready? Ich hab richtig Bock. Let's go. Wir gehen jetzt in die Kanalisation, Brudi. Geil. Alles entspannt. Wir suchen nichts nach. Wir gucken keine Schublade durch. Timmy, sie ist uns völlig egal. Wir wollen einfach nur... Mach die Tür auf. Jetzt! Kanalisation! Wir sind da. Wo ist das Monster? Gibt's hier ein Monster? Wir sind in der Kanalisation, Leute. Ich muss aufpassen. Yes! Ich hab ihn! Er ist tot! Ich hab ihn erledigt, Digga. Let's go! Let's go! Nice try! Junge, er ist dead! Ich hab ihn einfach gekillt, Mann! Da hinten ist was. Okay, warte kurz. Warte kurz. Das ist Dors. Aber bad. Ich hab ihn echt umgelegt, ne? Ich geh lieber so. Ich will, dass meine HP sich ein bisschen regenerieren. Sieht gut aus. Wir müssen hier so rum. Da. Wir hätten gleich links nehmen sollen, ne? Ich hab ihn einfach umgelegt, Bro. Was ist das? Farbeimer. Da! Da seh ich! Es geht hier... Oh, oh. Hey! Erledigt! Das Ding ist tot! Leute, ich bin unbesiegbar, Digga. Let's go! Ja, was ist denn? Ja, was ist denn? Oh, ich bin fast tot. Uff. Oh, Junge, das ist ja... Das ist ja... Das ist ja anders schwer. Oh! Ich bin rausgekommen. Oder? Let's go! Wir kommen aus der Toilette raus! Wir haben die Kanalisation durchgespielt! Baby, ja! Baby, ja! Das war letzte... Das war die eine von zwei geheimen Maps. Okay. Der nur SEK. Digga, ich hab den ganzen Laden hier gebreached, Alter. Geil! Wenn Ambush kommt, ich töte ihn. Wenn Ambush kommt, ich töte ihn. Ich hab Holt gekillt! Ey, Leute, geil! Digga, zu gut! Ja, was denn? Kommt doch! Ich hab Granatwerfer dabei, Diggi! So ein Ding ist das nämlich! Okay, Leute, vorsichtig! Wir spielen das Game jetzt auf ganz geschmeidig solider Basis durch. So. Ich drück erst mal Schalter. Feger kommt. Wir müssen erst mal weg. Das ist halt eine schwierige Situation hier auch. Ich bleib jetzt erst mal hier drin. Wir werden ihn gleich sehen. Wir warten. Und raus. Sehr gut. Zehn Sekunden Zeit. Dann haben wir es durchgespielt. Da müssen wir noch einmal in die Backrooms rein. Wir haben zehn Sekunden. Zum Elevator. Was ist da unten eigentlich, ne? Was ist da unten, frage ich mich. Aber da ist nichts, stimmt's? Da ist ja eigentlich nichts. So. Wir sind durch. Wir haben heute jedes Monster gekillt. Also so gut wie jedes Monster. Sehr, sehr geil. Jetzt will ich nur noch in die Backrooms kommen. Das heißt, wir müssen uns so oft wegsprengen, wie es geht. Also Feger kommt da, glaube ich, nicht mehr. Jo. Ich bin durch. So. Jetzt müssen wir den Aufzugssong ständig... Ja, nice! Backrooms, wir kommen! Let's go! Wir gehen direkt runter. Bitte jetzt keine Bugs. Hä? Was geht denn hier ab? Ich kann euch nicht sagen, was da gerade abgeht. Ich regel das kurz. Bro, willst du hier Faxen machen, oder was? Ruhe. Im Karton. Hier ist Ruhe. Ist das klar? So. Wir haben... Ganz gemütlich. Ich denke, dass man hier aber auch alles mit dem Raketenwerfer wegböllern kann. Wer bist du denn da hinten? Oh Gott. Der ist immun. Der ist immun. Doch nicht immun. Tschüssi! Das Backroom-Monster. Hilfe! Ich bin ja so dran. Also hier, spätestens hier wäre ich dead gewesen. Safe. Hier ist ein kleiner Schlitz. Man wäre nämlich automatisch da reingerannt, aber man muss eigentlich hier durch, Leute. Und da ist die Tür. Rein geht's. Mach auf. Ja, man ist durch. Ja, Freunde. Das war's dann wieder auch mit einer Runde Dors. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Danke fürs Zusehen. Dickes Küsschen. Dano out. Coming out. Das war's dann mal. Nein. Danno ist die Tür. defüchten Sie.